Stoppen wir's! Feier's! Schießt du denn mir einfach den Bogen aus der Hand? Geht! Geht! Ops! Das verrückt ich nicht! Schluss damit, ne? Für dich ist Schluss! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaam! Das Schluss mit Feier's! Die Spielchen sind vorbei! Ich werde's zu Ende bringen! Und jetzt! Zwei Pistolen! Like a wasp. End. Gelände. Hoffentlich lebt sie noch. Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen. Bringen wir dich nach Hause. Die Sonne. Der Sturm lichtet sich. Das ist Lara. Sie hat Sam. Geschafft. Sieben waren's. Jetzt sind's nur noch vier. Ja. Hier wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay. Dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang hab ich an meinem Vater gezweifelt. Wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nachdem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Errungenschaft. Freigeschaltet. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Weitere Abenteuer warten auf Lara. Denn ein Survivor ist born. Tomb Raider. We hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to bring you the best game we could possibly make. Thank you for taking the time to complete our game. Ja, das war's mit dem Reboot von Tomb Raider. Ich würde mal sagen, der Reboot ist gelungen. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen mehr. Ich würde mich freuen, wenn Nora Schirner wieder die Stimme für den, sagen wir mal, zweiten Teil leid. Denn ich fand's gut. Ja. Die Story Hat mich immer wieder überrascht. Ich dachte schon... Na, ich dachte es nicht. Ich dachte beim... Beim Funkturm schon, dass da was schief läuft. Aber... Dass ich das dann so... Umwandelt. Sagen wir mal... Mit Seele und... Dass ich das dann alles... Ah, jetzt... Jetzt hab ich einen Hänger. Naja, ich fand's ziemlich geil. Okay. Wie gesagt, bitte Nora Schirner... Sprech nochmal die Lera... In... In... In der Fortsetzung. Es wird ja mit Sicherheit eine Fortsetzung geben. Ja... Ich werde nur noch den Multiplayer weiterspielen. Ab und zu offline natürlich noch die letzten Relikte... Suchen. Und im Anschluss kommt jetzt nochmal... Also in einem anderen Part... Kommt dann nochmal... Die Galerie von den Sachen... Die wir hier im Let's Play gefunden haben. Und heute... Die Credits sind mal... Heute... Mit Bilder. Hm... Da hat er sich Mühe gegeben. Hm... Der ist mit einem schwarzen T-Shirt ganz links. Ja... Ich hoffe die... Vorzetteln lässt nicht so lange auf sich verharten. Naja... Ich fand's geil... Strich drunter... Eines der besten Games die ich je gezockt habe... Ernsthaft... Es... Es... Wenn es nicht sogar... Je Jacke die mir vom Thron stößt. Ja... Mir fällt nichts anderes ein außer zu sagen... Das es... He... Weiter geht... Natürlich... Obwohl das neue Tomb Raider da ist... Ja... Bevor ich weiter hier... Umfasel... Die Credits laufen durch und... Bis dann! Esены... Die Indische Musik... Vomерб remplinen... Sieh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020